so heute abend bin ich für anderthalb stunden in der infrarotsauna gegangen und das mache ich dreimal die woche das ist gut für die knochen für überhaupt für den ganzen körper und das immunsystem ich mache das auch nach dem training und aber heute war ich auf eine feier und da habe ich vier fünf stunden gesessen und gegessen das ist nicht mein ding darum will ich mich erstmal ein bisschen erholen aber ich muss immer auf achse sein ich muss immer in bewegung bleiben so lange sitzen das ist nicht nichts für mich darum bin ich heute erst mal eine saune und entspanne noch mal kurz und dann gehe ich noch ein bisschen spazieren und dann dass ich den abend ausklingen ich wünsche euch ein schönes wochenende tschüss so nach den duschen natürlich auch gesicht zur körperpflege und das ist beim mann auch wichtig gerade in unser alter ich nehme so eine feuchtcreme die haue ich mir hier auf der stirn und ob die was bringt weiß ich nicht aber so ganz so viel falten habe ich noch nicht und hier für den oberkörper nehme ich dir auch aber ich denke für mein alter hat sich mein körper noch gut gehalten